Hi, ich bin Vanessa, ich bin 21 Jahre alt, habe die Ausbildung im Einzelhandel gemacht und bin jetzt hinter der Fleischtheke stellvertretender Abteilungsleitung. Weil es einfach hier viel mehr Möglichkeiten gibt, du hast den direkten Kundenkontakt, kannst dich austoben mit der Theke. Wenn du Bock hast auch auf so ein tolles Team, was hier zusammenhält, dann bewirb dich jetzt beim Dornenseife, es wird sich Lohn versprochen.